Drei Personen! Danke euch auch! Forno! 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 Was ist gerade passiert? Was hat der Typ gerade gesagt? Das ist Forno! Er hat die Kamera gesehen und meinte, er möchte mit einem XXL Drehen? Ja, ich weiß nicht. Ist das normal? Nicht, aber er hat irgendwie mit seinem Fuß so gut sein Bedingungen gemacht und hat gesagt Forno! Forno! Ich bin Forno! Krass! Das ist schon schon witzig Der sieht eine Kamera und das erste was er damit interagieren möchte ist ein XXL zu drehen